Du hörst den Genius Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und das Thema der heutigen Folge ist keine Frage aus der Community, sondern eine Frage von mir an euch, an die Community. Die Frage lautet, warum hast du die Kontrolle über deine Kundengewinnung verloren? Und wir werden in dieser Podcast-Folge klären, was das mit Prostitution zu tun hat. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's los hier. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Wenn ich Startups coache, dann ist die wichtigste Frage in der Kundengewinnung immer die Frage, für welchen Kunden möchtest du nicht arbeiten? Das ist eine ganz wichtige Frage, denn für welche Kunden möchtest du arbeiten, kann jeder relativ schnell beantworten. Manchmal aber auch gar nicht. Also auch das andere Extrem gibt es natürlich. Und dann ist die Frage, für wen willst du eigentlich nicht arbeiten, immer die beste Frage, die du dir stellen kannst. Und dann die Überprüfung, wenn du schon etabliert bist, wenn du schon gestartet bist mit deinem Business, ist die Frage natürlich dann umso dringender, für wen willst du nicht arbeiten? Und hat sich vielleicht der ein oder andere Kunde in deine Kundenkartei geschlichen, für den du eigentlich nicht tätig sein wolltest? Weil das ist oftmals das Thema, dass wir uns darüber zu wenig Gedanken machen und diese Überprüfung nicht stattfindet. Eigentlich müsste ich so einen jährlichen TÜV machen, dass ich durch meine Kundenkartei gehe und sage, okay, A, 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 D, Kunde. Und dann muss D-Kunde gehen. Aber man trennt sich nicht von D-Kunden, weil man ja denkt, oh, dann entgeht mir der Umsatz, dann kann ich das Projekt nicht machen. Und mein Tipp an dieser Stelle ist, verzichte auf das Projekt, verzichte auf den Umsatz, verzichte auf diesen Kunden. Es ist total wichtig, dass die Kapazitäten, die du in deinem Unternehmen hast, für die Kunden reserviert sind, für die du wirklich tätig werden möchtest. Und wenn du diese Kapazitäten nicht besetzen kannst, dann müssen sie einfach frei bleiben. Aber besetze sie nicht mit D-Kunden. Versuche immer, A-Kunden zu bedienen. Warum ist das so wichtig? Und was hat das mit Prostitution zu tun? Dazu muss ich auch noch was sagen, wenn ich den Cliffhanger am Anfang schon gebracht habe. Es hat sehr viel damit zu tun, wie viel Energie wird aus deinem Unternehmen abgezogen, indem du dich mit Kunden auseinandersetzt, die deine Arbeit nicht wertschätzen. Ich komme da gleich noch auf ein paar Beispiele. Die deine Preise nicht akzeptieren. Die das, was du in der Vergangenheit geleistet hast, gar nicht sehen wollen. Manchmal stelle ich mir die Frage, warum buchen die mich eigentlich, wenn meine Handlungsempfehlungen doch gar keine Relevanz für sie haben. Und wenn du dir diese Frage stellst, dann hast du mit einem D-Kunden zu tun. Das kann auch ein B oder C oder was auch immer ein Kunde sein. Also wichtig zu verstehen ist an dieser Stelle, wenn du mit diesen Menschen arbeitest, dann wird das weder für dich erfüllend sein, noch für deinen Kunden erfüllend sein. Und dann wird das am Ende auch keine harmonische Beziehung werden. Oder während des Projektes wird es schon nicht harmonisch sein. Es wird überhaupt keine Beziehung entstehen können, weil ihr euch im Grunde nicht grün seid. Das ist nur ein Abarbeiten an Leistungen, an zugesicherten Leistungen. Und am Ende gibt es immer die Diskussion, oh jetzt wird eine Rechnung gestellt, ist denn die Leistung vollständig erbracht? Der eine sieht das so, der andere sieht das so. Stress. Eine Bewertung kriegst du von dem Kunden sowieso nicht. Das heißt, der hat nachhaltig für dein Unternehmen überhaupt keinen Wert. Während allerdings einen Kunde, nehmen wir einen A-Kunden. Das ist dein absoluter Wunschkunde. Das ist der Kunde, mit dem du ein Bier trinken gehst oder ein Wein trinken gehst oder, weiß ich nicht was, machst Picknick. So, und dieser Kunde, der ist so begeistert von dir als Persönlichkeit, von deinen Leistungen, von deinem Team, von deinem ganzen Unternehmen. Der trinkt sogar seinen Kaffee morgens aus der Tasse, wo dein Logo drauf ist. Das sind deine A-Kunden. Das sind die Kunden, die dich anschließend empfehlen. Das sind die Kunden, die dir Bewertungen schreiben. Das sind die Multiplikatoren, die du brauchst, um zu wachsen. Mit D-Kunden wirst du nicht wachsen. Mit A-Kunden wirst du wachsen. Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt diesen Tipp ans Herz legen. Wenn du heutzutage vorhast, dein Unternehmen zu gründen, stehst du sofort vor zahlreichen Herausforderungen. Du brauchst ein funktionierendes Geschäftsmodell, unter uns gesagt am besten mehr als eins, eine Marke, Sichtbarkeit, ein Team, Digital-Experten, Mentoren und natürlich Investoren, um in kurzer Zeit ein skalierbares Business aufzubauen. Wir zeigen dir als Startup-Entrepreneur in einem kostenfreien Strategie-Call, wie du mit der Genius Alliance Schritt für Schritt erfolgreich ein profitables Unternehmen aufbauen kannst. Das Einzige, was du jetzt dafür tun musst, ist den Link für deinen kostenfreien Strategie-Call in den Shownotes dieser Podcast-Folge zu finden oder du gehst einfach auf unsere Website www.genius-alliance.com und sicherst dir einen der freien Termine. Du kannst nur gewinnen, also mach es am besten gleich. Wenn du mit D-Kunden arbeitest, dann ist das Prostitution. Dann machst du es für Geld, für nichts anderes. Und das ist genau das, was du nicht machen darfst, wenn du wachsen möchtest. Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Ich habe mir damals in meiner Gründungsphase überlegt, oh, ich muss das jetzt akquirieren. Und in dem Akquise-Prozess merkst du, eigentlich funktioniert es nicht so 100%. Ich habe ein Verkaufstalent, ich kann das Projekt auf jeden Fall verkaufen, aber der Kunde passt eigentlich nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe das Projekt verkauft. Das heißt, ich habe mit dem Kunden gearbeitet, ich habe das Budget in Rechnung gestellt, ich habe das Projekt realisiert, aber danach ist nichts passiert. Es ist verpufft, als wäre ich vorher oder im Nachgang, als wäre ich nie da gewesen, als hätte ich überhaupt keinen Impact geleistet für diese Firma. Natürlich hatte die Firma einen kommunikativen Auftritt, irgendwie Technologie implementiert und so weiter und so fort, aber es war für mich nachhaltig gesehen überhaupt nichts da. Es war Lehre und diese Lehre möchtest du nicht, sonst trittst du ja nicht mit ganzer Leidenschaft in deinem Business tagtäglich für Leistungsträger an. Und das ist der Grund, warum das nicht funktioniert. Gerade am Anfang, lass diese Ressourcen frei und sag, okay, dann arbeite ich halt in dieser Zeit nichts oder an meinen eigenen Themen, ist ja viel interessanter, als mich mit Leuten rumzuschlagen, die das, was ich anzubieten habe, überhaupt nicht zu schätzen wissen. Und das ist ein sehr frustrierender Prozess damals für mich gewesen, weil das, was ich empfohlen habe, nicht umgesetzt wurde, aber man hat mir die Verantwortung dafür geben wollen, dass das Projekt am Ende nicht erfolgreich war. Mit solchen Dingen hast du etwas zu tun, wenn du mit D-Kunden arbeitest. Die kaufen deine Kompetenz ein, du gibst eine Handlungsempfehlung ab, der Kunde macht was völlig anderes, fässt dich an den Kopf und sagst, hey, was machst du da eigentlich? Und dann passiert am Ende das, was passieren muss. Das Projekt ist nicht erfolgreich, der Umsatz, der Mehrgewinn, der dann aus der Zusammenarbeit entstehen sollte, bleibt aus. Und der Kunde sagt, hey, warum habe ich nur mit dir gearbeitet? Hätte ich doch mein Budget jemand anders gegeben. Das sind Kunden, die sind nicht offen dir gegenüber. Und die folgen deiner Empfehlung auch nicht. Die haben noch ihr eigenes Süppchen am Kochen. Und diese Kunden brauchst du nicht für dein Business. Manchmal erkennst du das auch erst im Laufe des Projektes. Aber dann bricht das Projekt ab. Das braucht unfassbar viel Mut, den Kunden anzurufen und zu sagen, Herr Meier, Frau Schulze, es klappt einfach nicht mit uns. Ich habe jetzt gemerkt, ich habe jetzt 15 Handlungsempfehlungen gemacht und sie haben neun davon ignoriert. Wie soll ich meinen Job wirklich gut machen können? Wie soll ich einen Impact für ihr Unternehmen, einen Beitrag leisten, dass sich das am Ende zu etwas Positivem für sie entwickeln kann? Oder ich tue es ja alle für dich entwickeln kann. Ja, passiert nichts. Ist einfach am Ende tot. Also muss man wirklich so sagen, es ist am Ende eine Prostitution, weil ich einfach das Budget damals jung und naiv, wir waren jung und brauchten das Geld in der Gründungsphase, aber es war im Nachgang einfach ein Fehler. Hätte ich einfach diese Zeitressource besser investiert, nämlich in mein Business, in die Weiterentwicklung, Verbesserung meiner Produkte, wäre das ein viel besseres Invest gewesen, als dieses Projekt mit diesem Kunden zu machen. Es hat auf der anderen Seite, mache ich gerne auch noch eine Podcast-Folge dazu, natürlich dazu geführt, mich abzusichern. Also Thema Lebensversicherung durch Dokumentation. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich werde dazu eine eigene Podcast-Folge machen. Also wie du dir in deinem Business Kunden gegenüber wirklich eine Absicherung herstellst, sodass, wenn der Handlungsempfehlung nicht gefolgt wird, du auf jeden Fall eine Dokumentation nachweisen kannst und sagen kannst, pass auf, du hast mich als Berater oder Beraterin gebucht, als Coach, als Mentor oder was auch immer und ich habe dir Handlungsempfehlungen gegeben, wir haben Konzepte zusammen gemacht, wir haben Strategien ausgearbeitet, du hast dem nicht Folge geleistet und dementsprechend kannst du mich auch nicht in die Verantwortung nehmen. Hier ist meine Dokumentation, hier sind deine Entscheidungen auf Grundlage unserer gemeinsamen erarbeiteten Ergebnisse. Und das ist total wichtig, das in einem Projekt oder generell zu machen, völlig egal, ob A-Kunde oder D-Kunde, wichtig ist, vielleicht nochmal ganz konzentriert, eure Kundenkartei zu schauen und zu sagen, okay, wie viel Zeit, und ich könnte wetten, 90% derer, die hier jetzt zuhören, 90% haben in ihrer Kundenkartei D-Kunden. Es kann nämlich auch sein, dass sich D-Kunden erst entwickeln und dann nimmst du das als, ja, wie soll ich sagen, fehlt mir das Wort, dann nimmst du den Kunden trotzdem mit auf diese Reise und das ist genauso fatal, wie wenn du dich am Anfang gegen den Kunden entschieden hättest oder für den Kunden entschieden hättest, obwohl du weißt, dass es ein D-Kunde ist. Also nochmal, guck in deine Kundenkartei, überleg dir, arbeitest du mit diesen Leuten zusammen, mit denen du wirklich zusammenarbeiten möchtest, mach den Versuch, schreib dir mal auf, was sind Kunden, mit denen du nicht arbeiten möchtest und match das unbedingt mal mit deiner Kartei. Du wirst feststellen, da sind einige Leute dabei oder Unternehmen dabei, die eigentlich nicht da rein gehören und so hart das klingt, trenn dich von diesen Unternehmen, wenn du wachsen möchtest.